hallo und herzlich willkommen zurück zu weitem folge von spiderman wir schauen dass wir jetzt hier die taskmaster mission fertig kriegen und uns danach um die lager kümmern und die verbrechen denn new york ist komplett außer kontrolle komplett außer kontrolle geraten letzte folge alleine das müsst ihr euch angucken was da abginge aber jetzt können wir uns erst mal um diese stealth mission oh what the fuck sicher ich habe echt keine ahnung was ich hier machen muss ich hasse es wenn man das machen muss nur mein gegner einzuspielen hier jetzt aber heißt auf so es wird nichts beim ersten versuch das sehe ich jetzt schon da sind zwei also die letzten drei 12 zwei drei und da habe ich jetzt keine ahnung wie ich zum gleiche 3000 punkte kriegen soll ja das weiß ich schon deswegen mache ich jetzt den ultimativen move hier mal mal den alten trick den ich schon immer benutzt habe und zwar drohnen und die hier so so dich einmal abschießen roh ich habe gesagt ich habe abschießen du bist der letzte hoppata da warte ich jetzt sogar bis er sich umdreht warte der dürfte sich ja selber wegschießen ich habe die 3000 punkte voll okay jetzt höre ich um es wird lustig ach scheiß drauf du bist nicht sehr wachsam gut das war der versuch war es dann fielen tatsächlich nur noch zwei tasken aus der herausforderungen und hier fielen immer noch alle verbrechen in diesem gebiet okay okay bro so so hier geht es dann hier schauen wir mal ob wir das hier und weg zwei drei drei okay da hinten hier fünf da drüben muss ich hin so cked nope glaubter analytics wenn muht optiv her dah Administration Okay. Gut. Bro, what the fuck? Okay. Bro, what the fuck? Bro. Komm echt jetzt. Genau da, wo ich sie schlagen wollte. Bro, what the fuck? Wie schnell muss ich denn hier sein, bitte? Ich muss der Drohne folgen. Hab eine. Gut, hier rüber muss ich. Okay. Ehm. Gut. gut hier hinter muss ich jetzt komm schon komm komm alter ja die drohne wird langsamer 44.000 brauche ich echt wie soll ich das denn hier schaffen das ist ein hochmodernes teil muss halt schneller sein dass die drohne ja mhm mhm ok das sieht doch gut aus komm komm gut jetzt kriege ich die drohe das muss sein ja das einzige was noch von fisk von den missionen da ist das hier die dürfte vielleicht wieder first try sein da ist ein save lager nee da gehe ich jetzt nicht ran da gehe ich nicht ran nach straßen war es heute fertig und danach kümmere ich mich um die ganzen sachen wie gesagt ich kümmere mich jetzt konzentriere ich mich gerade darauf kann ich keine ahnung habe wie lange ich die haupt story machen kann ohne dass irgendwas passiert ich habe immer noch keine ahnung warum ich die dlc ist nicht machen kann jetzt hat ich habe sie ich habe sie selbst installiert wie ihr seht aber keine ahnung gut kümmern wir uns erstmal darum ich glaube nicht dass euch die kopf so lieb haben wie ihr denkt auch habe ich dich erschreckt und noch jemand steht in dieser komm schon raus mit dir komm mal da und da drüben fertig die kopf und ich war nie beste freunde aber ich sehe sie ungern so unter beschuss so holy shit ach gehen wir einfach hoch wir machen wir jetzt unsere letzte kampfmission die sind nicht easy eigentlich wenn man bedenkt einfach toden auspacken wo zum keil seid ihr denn wo zum keil seid ihr denn oder die 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 fertig ja diese jede tasse herausforderung der stadt einmal ab also hätte ich das früher gewusst dass die drohnen so op sind hätte ich sie viel früher benutzt so was machen wir jetzt wir haben tasse herausforderungen dann kümmern wir uns um das selbe lager hier um die ecke taskmaster kennst weißt du dass ich dich fertig mache wie wir mal ein auffrischungskurs zeit für einen neuen ansatz noch mal kommen so kommen ich weiß nicht ob du mich rekrutieren oder töten sollst aber du schaffst beides nicht vergisst das nie so hier fertig bist du fertig die schule ist aus taskmaster warum verfolgst du mich ich sollte feststellen ob du rekrutierung ich wäre lieber james fußmaster als rekrut von jemandem der dich anheuert sechsstellig besiege taskmaster apropos wir haben neue anzüge stimmt wir haben jetzt alle anzüge die man mit fähigkeiten die man so freischalten kann herstellen wir haben jetzt wieder ein paar verbrechensmarken basismarken okay wo ist aber mehr anzüge kräfte hier alle bleiben wir erstmal bei der standard ding hier angriff durch das ausführen von luftangriff elektrische ladung auf nähe danke welche was muss was ist denn daraus vor stufe 50 verbrechensmarken und kann ich fertigkeiten machen zwei kümmer raketen können wir zurückschießen oder luftschule angriffe schlöder gegner in der nähe zurück die aufleihzeit zwischen an ist kürzer mach mal die raketen mach mal die raketen weg so das wollte ich machen bevor taskmaster kam ich hätte vorher anrufen sein kurz so down schimmer können wir uns um die scharf schützen schimmer ich habe jemanden gesehen die ruhe bei der infiltration mhm wen hier danke danke für die drohen habe ich noch ein paar da ist noch einer irgendwo hier ja das waren alle finden wir raus was sie hier wollten passt es ja ich habe gerade leider keinen äh kämpfen selbst männer vollstrecken anscheinend eine zwangsräumung um selbst in das gebäude einzuziehen und sperren die ein die sich dagegen wehren ok dagegen kann ich was tun aber ich brauche opfer zur mithilfe ich hole sie da raus und dann können sie bei der polizei anzeige erstatten ach komm im namen des bürgermeisters ist ein scheißdreck habt ihr alle runter alle runter in der komm in der komm komm weiter bro all der fahrzeug echt komm ich weiß darauf braucht keine verstärkung ist als leute verdammt noch mal kommt hier ab stimmt ich kann jetzt die raketen werbe zurückschleudern das habe ich mir geholt sich elektro ja ist wahrscheinlich schon klar wir wollen aber nicht ich würde ich mache ich kenne das gefühl kein zuhause zu haben ich könnte sonst die fassung verlieren kommt einmal außenrum hier und da einmal wo er heute damit euch letzte was die jungs nicht besonders privat von meiner holy shit ja hilf ein bisschen droni muss man die drohne hin viele sind das das war's das hat länger gedauert als es sollte die eingesperrten leute sind wieder ja danke das lasse ich erstmal hier haben wir dann für nächste folge ein streiflingslager naja ich würde jetzt sagen vielen dank fürs zuschauen ich beende die folge hier und ich hoffe dass wir in der nächsten folge wiedersehen tschau euer gladius